Hallo liebe Krummdeicher, liebe Zuschauer und Zuhörer von nah und fern, groß und klein. Wir, das sind einige Krummdeicher aus ganz unterschiedlichen Alterslagen, neu zugezogene und alteingesessene Krummdeicher, die sich zusammengetan haben und spontan vier Videoclips für einen virtuellen Adventskalender zusammengestellt haben. Das heißt, wir haben uns jeweils getroffen und haben zusammen Geschichten aufgenommen mit Musik und die möchten wir euch gerne ab dem ersten Advent jeweils am Sonntag ab 15 Uhr auf diesem Kanal zur Verfügung stellen. Wir freuen uns, wenn sie euch gefallen und wenn ihr Anregungen habt, dann lasst es uns gerne wissen und wenn ihr im nächsten Jahr mit irgendetwas dabei sein wollt, dann lasst uns das auch wissen. Jetzt gibt es vorab noch eine Herzensangelegenheit, die wir gerne auch auf diesem Kanal vor unserer Ausstrahlung mit aufnehmen wollen. Ich wahrscheinlich werde die Alepia kennen. Er ist 54 Jahre alt, lebt mit seiner Frau Manuela und zwei Kindern hier in Krummdeich und hat leider seit acht Jahren lymphatische Leukämie, die erst medikamentös behandelt werden konnte, aber jetzt leider nicht mehr. Und deshalb ist er dringend auf der Suche nach einem Stammzellenspender. Es gibt schon überall Aufrufe und die Möglichkeit, entweder mit einer Spende dafür zu sorgen, dass andere sich typisieren lassen können oder sich selbst zu typisieren. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, auf irgendeine Art und Weise hilfreich zu sein, dann wäre das eine große Freude für uns alle. Das war's vorab und jetzt wünschen wir euch ganz viel Freude bei dem Start der Clips.